Endlich ist es wieder soweit. Die grossen Sommerfestivals von der Schweiz dürfen wieder stattfinden. Wer freut sich auch mega auf Festival-Feeling unter freiem Himmel, super Musik und super Stimmung. Ich freue mich auf jeden Fall extrem drauf und möchte euch jetzt ein paar Festivals vorstellen. Ihr kennt wahrscheinlich schon die meisten. Aber ich gebe euch noch ein paar Tipps und auch, welche Festivals wenn stattfindet. Wir fangen mal an mit dem Zermatt Unplugged, weil das ist schon vom 5. bis am 9. April, also fängt Mohn sogar schon an. Das findet in Zermatt statt. Und Top Acts sind zum Beispiel Ellie Goulding, James Bay und Tom Newark. Dann geht es weiter mit dem Greenfield Festival. Das findet in der Interlage statt. Und zwar vom 9. bis am 11. Juni im 22. Und hat verschiedene Genres wie Indie, Rock, Pop und Metal. Acts, die wir schon zugesagt haben, sind zum Beispiel Billy Talent, Cone Run und Full Beat. Auch Offspring, Rise Against und Heaven Shall Born sind auch dort dabei. Dann haben wir zum Beispiel noch das Open Air St. Gallen. Dort freue ich mich schon mega drauf. Ist meiner Meinung nach mit das beste Line-Up von dem ganzen 2022 von allen Schweizer Festivals, die stattfinden. Dort kommen zum Beispiel Teichkind, Muse, Giant Rooks, Kummer, Marteria, Provinz und viele mehr. Das Open Air St. Gallen findet vom 30. Juni bis am 3. Juli statt. Und es werden ungefähr 30'000 Fans erwartet. Das heisst, es wird also ein Riesenfest. Und was beim St. Gallen noch speziell ist, ist, dass der Zeltplatz direkt im Festival-Gelände integriert ist. Dann ist es einfach noch mal gemütlicher und die Stimmung zieht es noch viel mehr auf den Campingplatz. Ein anderes Open Air wäre noch das Open Air Frauenfeld. Dort werden sogar 60'000 Fans erwartet. Und das Open Air Frauenfeld ist das grösste Urban Music Festival von Europa und hat Acts wie Trap, äh nicht Acts, Entschuldigung, Genre, wie Trap, Du Trap, UK Drill und mehr dabei. Zu den grössten Acts gehören Mastermind, The A$AP Rocky und Shooting Star Rack Hollow. Natürlich ist die Liste noch viel länger, ich gebe euch noch mal einen kleinen Einblick. Dann wäre noch das Open Air Gampel im Wallis vom 18.08. bis am 21.08. Dort können z.B. Limp Bizkit at the Macklemore und auch Broilers. Und das letzte Open Air, den ich euch noch empfehlen würde, ist das Zürich Open Air. Dort bin ich selber auch schon mal gewesen, ist auch wirklich super gewesen. Das ist das Jahr vom 23.08. bis am 27.08. und dort sind z.B. Acts wie Arctic Monkeys, Kings of Leon, Martin Garrix und Kygo. Also auch ein Wahnsinns-Line-Up, wo die Schweizer Open Airs uns das Jahr wieder gönnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spass. Ich hoffe, ihr könnt auch an das ein oder andere Konzert oder Open Air gehen. Geniesst es auf jeden Fall und macht es gut. Danke. Danke.